Olaf Bohrmann hat einen Grundsatz. Solange ich hier bin, kommen keine Weiber an Bord. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Ich soll hier mal ein bisschen aufschubbern auf dem Schiff. Jo. Und Mariana macht ihre Sache ziemlich gut. Seenotretter. Jetzt drehst du da mal drehen und dann fährt er in eine Richtung. Mittwoch, 21 Uhr, in DR Fernsehen. Da haben sich nur so manche Kerl zu Düsseldinger reingestellt.